Leute, warum ist das so, dass ich jetzt qualifiziert bin und es ist noch ein geiles Wetter, ein geiler Tag. Ich fahre jetzt nach Düsseldorf zur Olympischen Ankleidung oder Anprobe, wie man es nennt. Da zeige ich euch noch die geile Ausrüstung. Das wird ein geiler Tag. Geparkt und auf geht's zur Anprobe. Hey Leute, ich bin hier bei der Anprobe für die Olympischen Spiele und was ein Zufall, Netto Markendiscount, hat hier auch seinen Stand. Hier kann man sich geile Snacks holen. Ich freue mich auf jeden Fall mega hier zu sein und hier gibt's saugeile Snacks. Ja? Ja. Du bist aufgerufen. Okay. Du bist richtig im Training, Alter. Boah, brutal, ey. Boah, ey. Krass. Meister Propper, du wirst es glauben oder auch nicht, du bist hier auf der Wand. Mal, hier in München, fast München, da bist du drauf. Danke, Meister Propper. Z8 Nee, leider inisée. Ja, nochmal, hier in München, da bist du mich. Leute, meine Güter Sie, meine Güter. Lite, die sind mirそうだ. Nein, ich habe dabei. Ihr Gibt es ihr pyt mit in functions, P experimental Herz, das war jetzt im embossiar bat. Alles longestjausende Gert час. Oh,ட Out. Ja, komm out. esz... Ja, emphasizes Ach Document. My Deus hat das Video. I nieció bei Alex herzlich und dieses Gert� Thermom. Es eleche Tie- spacecraft. Change mich? Vielen Dank.